Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzel, es war wieder hier mit dem vierten Teil der allseits beliebten Steckreif-Sendung Patchworks from Hell. So, aber was ich noch machen möchte, ist eine kleine Ankündigung. Ab dem 19.11.2021 werden wir dann live auf Twitch zu sehen sein. Wir werden switchen zu Twitch und ja, ich bin fleißig dran am Arbeiten und Basteln und Bauen und mich einzulesen. Und ja, ich hoffe es geht alles klar, also pünktlich mit dem Launch von Battlefield 2042 werden wir auch launchen auf Twitch. Bitte vormerken und dann bitte reichlich erscheinen. So, bis dahin wünsche ich euch allerdings viel Spaß mit dem Video, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like, da würde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns, euer Senzels, bis dahin, tschüssi. Naja, jetzt ist Level 40 und den kriegt man irgendwann. Klaus, wird dir das Mikro in die Nase gesteckt? Ja. Ne, ich hatte mal eine Hand zu komisch. Achso. Das ist in die Nase gesteckt. Nein, ich renne jetzt hier rechts von dir. Ich renne hier den Hexenberg hoch. Jo. Wo rennt, wo rennt? Ich renne zurück. Ich renne zurück, wo wir da herkommen sind, Klaus. Okay. Oh, ihr rennt was rechts. Also, ich renne jetzt auch in eure Richtung, ne? Ich bin vorne fast bei der Leiche. Da ist einer. Ich bin auf dem Berg. Ich bin vorne bei der Leiche, ja. Da ist einer hinter uns rechts. Er geht zum Turms zurück, alter. Zwei. Einer ist Minus. Ja, der hinter. Minus. Zabut, zabut. Granate von hier. Bei mir auch. Ich blad erst mal nach. Klaus, bist du das? Klaus, bist du im Busch? Nein. Ja. Das ist tot. 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 Es hat geklingelt bei mir. Klaus, bist du tot? Ja. Shit. Oh nein. Hab ich Klaus erschossen? Ich hab Klaus gefragt, bist du im Busch? Und er sagte nein. Genau, ich war ja auch nicht im Busch. Aber du hast mich nicht. Das ist egal, wenn du einen eigenen Typen killst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ne, ne. Der zählt ja nicht. Maverick. Maverick. Ja, den hab ich gekillt. Boah, ich bin durch einen Weinschuss gestorben. Wie du dem... Oh, das sieht aus, als würdest du dem entblasen. Alter. Das musst du auch nehmen. Testen das ja durch. Wie der später, am besten, wenn es mal final sein soll, läuft halt. Ist ja nicht so, als wenn du den Recall von der Waffe höher machst. Der Flohmarkt ist ja dynamisch. Das stimmt. Aber ich gebe euch recht, also ich bräuchte den Flohmarkt eigentlich auch nicht. Ich hab zwar früher auch mal geschimpft so, mit der Meinung, dass der Flohmarkt weg kann und so, aber mittlerweile hab ich festgestellt, das hat mir so viel mehr Spaß gemacht. Aber der Flohmarkt ist gut für Sachen, die du bei den Händlern noch nicht bekommst. Ja. Ja. Zum Beispiel Muni, vernünftige Muni kaufen und so. Ja, aber das Problem hätten dann alle, weißt du, Klaus? Ja, ja, nein, 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 ich weiß, was du weißt. Hier, trocken, Bruder. Ah! Ich hab das mit tot. Scheiße. Wir kommen hinten rein. Vor dem Spieler, äh. Wir sind hinten drin. Wo war der, Benji? Warte, äh. Richtung dem Gastank. Ah, okay. Hier fliegen Granaten. Wir sind hinten drin, ne? Hintertanker. Alter! Ist es die Möglichkeit, Junge? Ja, gut, dass ich den Helm auf hatte. Der ist hinten. Ey, das bin... Jetzt schießt schon der Nächste auf mich, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der ist tot. Mann, nein. Nein, Leute, wo seid ihr? Ich hab doch nicht gesagt, ich bin tot. Ey, Leute. Stopp. Sagt an. Wo seid ihr? Ich komm jetzt hier rein. Ich hab mir die Knochen hier... Mir haben die Knochen weggeschossen. Au, 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 au. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin im Arsch hier. Beutel, du bist wo? Hier. Neben dir. Äh, die Schüsse kamen von gerade. Warte mal, lass mal hier hinten rum. Beine komplett weg, aber... Pass auf, links ist was. Au, 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 au. Hä? Wie kann der auf mich schießen? Wo ist der? Keine Ahnung. Ich muss heilen. Ja, mir kam es doch komisch vor. Er hat mir gleich auf den Kopf geschossen, Alter. Sofort, instant, Alter. Achtung, er ist links von uns. Ich bin hängt am Bus. Eben hat sie nicht dorthin. Der hat sofort, als ich dort gepiekt hab, hat er mich getroffen. Okay. Keine Ahnung, wo der Fohre ist, ey. Klaus, wo bist du denn? Oh, Kanada, Kanada. Hinter dem Bus, hinter dem Bus bin ich. Ey, ich spring mal hinten über das Rohr. Sascha, Alter, vielen Dank für deine 20 Euro. Hey, das ist ein Cheater. Los, lass raus hier. Nee, ich knall nicht ab den Hund. Ich bin drüben auf der anderen Seite. Richter Einstellung. Hier kommt noch welcher. Das bin ich hier, ne? Nee, ich bin auf der anderen Seite, Leute. Aber Klaus? Nein, ich bin am... Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, Klaus, ich bin hier, ne? Gleich vor dem Tanklaster. Au! Ey, f***t euch, ey, ihr scheiß Hacker! Ich hab die Schnauze voll! Was ist denn das so ne Scheiße? Das war? Ich bin auch drin, Klaus. Ja? Na, guck in meinem Stream, Matze. Ja, warte. Der schießt einfach irgendwo und es treffen Kugeln in mich ein. Bin auch down. Es kommen noch zwei von der anderen Seite, drüben. Ja, ich loote den mal kurz hier, den Spieler. Level 16. Steward. Oh, der arme. Hm. Mit einer A-Dar. Matze, du stehst doch so auf der A-Dar, oder? Schmeiße weg, lass ich ihm. Flasche war zu. Mein Dings ist eh voll, mein Stash. Ja. Steck grad nach. Naja. Nee, ich lass dem... Ach so, stimmt. Ich kann so gar nicht mehr. Matze, du bist hier, ne? Lass den ja. Was ist mal hinter dir? Wo bist du jetzt? Achso, hier bist du. Da ist der Schlüssel drunter. Ah. Du bist kein Scaf auf dem Dach beim Kraftwerk, ne? Sehr schön, danke. Ich gehe vor zum Strand, ähm, mein Scheiß abladen. Wollen wir hinten an dem Hügel hoch, Benji, dass wir von oben runter gucken können. Ah, ich bin tot. Oh, zurück. Oh ja, ich seh's, er steht oben. So ein Wichser, ey. Er ist Minus. Er ist Minus. Ja. Kann doch nicht wahr sein, ey. My life to will. Wo war der? War das dein Kumpel noch? Irgendwie der hier rumschreuen? Ja, wahrscheinlich. Er war genau unterstrahlen. Glaub ich nicht. Wenn's nicht? Man weiß nicht. Weiß nicht, genau. Die hocken unten irgendwo. Und zwar unterhalb von dem Grafikkartenraum. Ja. Da, wo du auch noch ein bisschen Items finden kannst, ne? Oder waren die schon oben drin, dass wir das nur nicht richtig gehört haben? Ne, ich glaub, die waren unten. Ich hätt das genauso gehört wie du. Wir waren im Garten, Luca. Mit Eric. Oh, da ist schon einer bei mir. Wo bist du jetzt ungefähr? Hier rennt was bei mir? Da rennt was? Warte. In deine Richtung? Ja. Er ist bei mir an einer Tür. Bei mir ist der. Ich bin da und scheiße. Einen hab ich. Sauber. Mit was haben die dich erschossen? Mit einer Schrotplinte Schall gedampft. Mist. Mist. Ich hab kein Licht an der Knoche. Ich hab kein Licht an der Knoche. hab ich außer Benjamin Fluges überliegt. Gut. Schwach die Öl. Hey links. Links von hier oben. Mach's. Da ist noch einer. Ich hab's gesehen. Ich warte immer nur auf den Moment, wo du dann sagst, Scheiße, der hat mir in die Fresse geschossen. Ich fahre gerne einmal quer durch hier. Ich bin down. Oh, wieder so'n dämlicher Camper, ey. Hat sie noch? Hat sie? Ja, ja, ja. Ich dachte, sie hätte noch einmal mehr.